Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3328 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unsere Tochter liebt ihren Salat und wir haben uns auch daran gewöhnt. Unsere Tochter liebt ihren Salat und wir haben uns auch daran gewöhnt. Gestern Abend war ich noch mit Jutta in der Disco und wir hatten viel Spaß. Gestern Abend war ich noch mit Jutta in der Disco und wir hatten viel Spaß. Willst du sehen, was ich gekauft habe? Diesmal habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Willst du sehen, was ich gekauft habe? Diesmal habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Wir haben Vertrauen zueinander und arbeiten auch in Zukunft eng zusammen. Sei still. Ich bin so froh, dass unser Baby endlich eingeschlafen ist. Sei still. Ich bin so froh, dass unser Baby endlich eingeschlafen ist. Wir haben noch Zeit bis zum Abflug. Was sollen wir bis dahin tun? Ich mache diese Übung, um meinen Körper in Form zu halten und Muskeln aufzubauen. Ich freue mich darauf, endlich nach Hause zu kommen und meine Familie wiederzusehen. Ich freue mich darauf, endlich nach Hause zu kommen und meine Familie wiederzusehen. Das Buch ist sehr lesenswert. Ich habe schon über die Hälfte gelesen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe keine Ahnung von Technik. Die Reparatur überlasse ich den Profis. Ich habe keine Ahnung von Technik. Die Reparatur überlasse ich den Profis. Ich habe keine Ahnung von Technik. Die Reparatur überlasse ich den Profis. Der Zahnarzt ist zufrieden. Meine Zähne sind in Ordnung. Der Zahnarzt ist zufrieden. Meine Zähne sind in Ordnung. Meine Zähne sind in Ordnung. Wir essen hauptsächlich Obst und Gemüse, das wir auf dem nahegelegenen Biomarkt kaufen. Wir essen hauptsächlich Obst und Gemüse, das wir auf dem nahegelegenen Biomarkt kaufen. Eine junge Frau sitzt auf einer Bank und schreibt ihre Gedanken in ein rotes Notizbuch. Ich fühle mich unsicher, auch wenn ich nicht immer so aussehe. Ich wollte schon immer an einer amerikanischen Universität studieren. Jetzt habe ich einen guten Abschluss. Ich wollte schon immer an einer amerikanischen Universität studieren. Jetzt habe ich einen guten Abschluss. Ich wollte schon immer an einer amerikanischen Universität studieren. Jetzt habe ich einen guten Abschluss. Hast du das gesehen? Ich traue meinen Augen nicht. Hast du das gesehen? Ich traue meinen Augen nicht. Ich traue meinen Augen nicht. Stopp! Bis hierhin und nicht weiter. Hör sofort damit auf. Stopp! Bis hierhin und nicht weiter. Hör sofort damit auf. Stopp! Bis hierhin und nicht weiter. Hör sofort damit auf. Wo kommen diese plötzlichen Magenschmerzen her? Ich habe doch gar nichts gegessen. Wo kommen diese plötzlichen Magenschmerzen her? Ich habe doch gar nichts gegessen. Ich habe doch gar nichts gegessen. Wo kommen diese plötzlichen Magenschmerzen her? Ich habe doch gar nichts gegessen. Um 18 Uhr schließen wir das Büro. Dann ist Feierabend. Um 18 Uhr schließen wir das Büro. Dann ist Feierabend. Um 18 Uhr schließen wir das Büro. Dann ist Feierabend. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Anschließend wird das Haar mit einem Föhn leicht getrocknet. Ein Teil der Feuchtigkeit bleibt erhalten. Nach meiner langjährigen Erfahrung ist es besser als Haare trocken zu färben. Anschließend wird das Haar mit einem Föhn leicht getrocknet. Ein Teil der Feuchtigkeit bleibt erhalten. Nach meiner langjährigen Erfahrung ist es besser als Haare trocken zu färben. Anschließend wird das Haar mit einem Föhn leicht getrocknet. Ein Teil der Feuchtigkeit bleibt erhalten. Nach meiner langjährigen Erfahrung ist es besser als Haare trocken zu färben. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich schaff das Haare trocken. Untertitelung des ZDF, 2020